servus meine lieben freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von astrobot aber er ist auch echt stylisch also der controller ist muss ich sagen echt 1a so wir haben tatsächlich drei nicht gerettet wo haben wir den drei nicht gerettet hier einen Soll ich das nicht. Okay. Soll ich das nicht? zusätzliche Level. Guck mal an. Ja, dann machen wir doch die mal, oder? Wir mal schon haben Retrorandale 1. Komm, wir sind ja dabei. Versuchen alle zu retten, ne? Oh Gott, wie süß. Minecraft-Level oder was? Ey! Das war das schon zum Retten. Okay. Ja. Kann man so lassen. Ist okay. Das müssen dann zwei sein. Auch einer. Z-T Г어. Ich glaube, es ist es hier, äh. Ich meine, es ist vorbei. Ja, das war's. Ich weiß ja warum. Die früher springen müssen. Die Sonne, die Sonne killte. Ah, ein Level noch bisschen, oder? Nee. Kann man die Sterne zusammenführen? Da haben wir alle. Da haben wir ja auch alle. Aber dann muss ja hier einer fehlen, oder? Ähm, nö. Auch eine Bonanza eins. Nein, verdammt. Afro-Look. Ein bisschen doof angestellt. Ja, man kann sich auch ein bisschen anstellen. Ich weiß. Das kriegt man hin. Nee, ach, Menno. Ja, lach mal darüber. Lach mal darüber, Jogo. Was ist das für ein Trophäe? Alle Bots und Gorilla. Ah, okay. Jetzt haben wir alle gerettet. Okay. Jetzt haben wir einen Gorilla-Nebel alle gerettet. Okay. Cool. Jetzt fehlt dann irgendwann nur noch. Ähm, die... Ja. Da ist kein Warp-Level, aber irgendwo am Ende muss ein Ding sein. Aber hier war das Warp-Level. Aber gut, das ist jetzt Nebensache. Wir gehen weiter zum... Tentakel-System. Hey. Ja, gut, die anderen Level muss ich ja klar beenden. Ja, ja. Und ein Warp-Level. Und ein Warp-Level. Und ein Warp-Level. Das heißt, irgendwo ist noch einer. Und eigentlich das Level neu starten. Ich will einfach mal gucken, ob ich an das Ding rankomme. Jetzt weiß ich ungefähr, wo es hinfliegt. Ich will einfach, wo es hinfliegt, wo es hinfliegt, wo es hinfliegt. Ich will einfach, wo es hinfliegt, wo es hinfliegt, wo es hinfliegt, wo es hinfliegt. Ich meine, das Einzige, was wir tatsächlich machen können, ist dann später für 200... Ja, geht ja auch. Das heißt, eigentlich ist das relativ ein... Was ist das? Eiffel Eiffel Okay Sie kann man eigentlich halt die ganze Zeit diese Punkte sammeln auch Eiffel 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 Wozu kann man noch zwei Steine hingebauen? Aber ein Stein ist noch zusätzlich da, oder ist er einfach nur zum... Ich freu mich, wenn ich das alles finde. Oh Menno! Der nervt! Ist mein Endgegner! Der ist echt mein Endgegner! Ah! Ah! Wozu kann ich eineinige? Oder so. Das ist tatsächlich, äh... Nee. Wie erwischt er denn einen von... Ach, mein Ohr. Ja, ich... Ich meine, man kann sie auch anstellen, nachts um drei. Sollte aber nicht wach sein, eigentlich. Ähm... Irgendwas muss man mit dem Stein machen. Der wäre ja nicht umsonst da. Kann ich den von da ausholen? Nee. Oder so. Ja, man findet nicht... Man findet alles. Aber wir haben es gefunden. Also, ein paar mehr. Jetzt andere haben wir wahrscheinlich nicht gefunden. Na. Na, komm mal. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay. 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 Ich werde alles mit meinem Willen. Ich werde alles mit meinem Willen. Okay. 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 Kann ich aber noch gucken in jedem Eck. Das kann ja. Oh, das ist auf einer anderen Insel. Menno. Ich stelle mich aber auch echt ein bisschen doofy an. Das ist ein Piratenschiff. Da kommen wir doch wieder rüber. Oh. 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 Das war's für heute. Nenno, ach hör doch auf, was ist denn jetzt los? Ach das macht mir jetzt gerade echt keinen Spaß, ne? Also ich stelle mich jetzt gerade an wie der letzte Mensch. Ach nö, auch Herr Magditsch, jetzt geht's aber, nimm mal. Wollen sie überhaupt heute fertig werden? Nö. Hallo. Ah. Ah... Hallo! Come on! Irgendwie Ich habe mir gerade ein bisschen Gicht in den Händen gehabt irgendwie Ich habe mir gerade ein bisschen Jetzt haben wir den Hohen sonst nicht da. Dann kann man es denn hinschmeißen. Ich habe es mir fast gedacht. Ich habe es mir fast gedacht. Boaahhh Ein Klinger Move Ein Klinger Move Ein Klinger Move Ein Klinger Move Ein Klinger Oh, wie das Gesichtsgulasch her. Das kann er nicht machen mit uns. Das geht aber gar nicht. Das ist der Dema, aber auch gleich, als ich sage. Ah, verdammt. 100 Punkte flöten gegangen. So, meine Freunde. Ich bedanke mich ihr schon mal. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich möchte natürlich das Spiel ausreizen. Deswegen gucken wir nicht immer gleich, dass wir alle Levels komplett machen. Obwohl, da hätte ich das Warp-Level noch suchen können. Aber ich bedanke mich herzlich bei euch allen. Viel Spaß. Haut rein.